So jetzt zünden wir mal an. Wir haben diesen Grilleinsatz in unseren Holzpackeöfen schon vor, ich sage mal 15 Jahren etwa, entwickelt und das Ganze werden wir jetzt wieder komplett neu zum Leben erwecken. So, jetzt feuern wir uns schon mal an, um diesen Grilleinsatz verwenden zu können. Er besteht aus einmal diesen Einsatz, das heißt, man kann richtig leicht einfach die Steine rausnehmen an dem Ofen, den Grilleinsatz reinlegen und dann diesen Rost hier, den ich hier habe, einfach hier einschieben und dann später draufgrillen. Hier sieht man richtig schön, wie die Flammen durch den Grilleinsatz schon hochgehen an das Gewölbe. Und das ist das Einzigartige an unseren Öfen, dass das Gewölbe auch unter Zuhilfenahme des Grilleinsatzes richtig aufgeheizt wird, um von oben die Wärme auch wieder zu reflektieren aufs Grillgut. Wir werden gleich saftige Steaks grillen und da werdet ihr sehen, wie toll die Grilleinsätze unter Zuhilfenahme der Gewölbe sind. Einzigartig hat sonst keiner. Das ist das Einzigartige an den Grilleinsatz.